So, herzlich willkommen. Ich möchte heute mein Projekt vorstellen. Ich habe versucht aus Standardkomponenten einen kompletten SDR Transziver zu bauen. Kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Christian Dindas, ich bin 45 Jahre alt. Seit 1988 lizenziert mit dem Rufzeichen Delta Golf 8 Delta Papa. Ich bin beruflich als HF-Entwickler und technischer Projektleiter tätig. Interessen im Amateurfunk, na klar, Entwicklung. Lötkolben schon mit 14 Jahren in der Hand gehabt. Und Selbstbauendstufen sind mit Sicherheit jemandem bekannt. Zuletzt eine LDMUS-Endstufe entwickelt. Und wenn ich dann nochmal Zeit finde und den Lötkolben aus der Hand lege, dann auch gerne mal DX und Contest. Das kommt leider zu wenig vor. Ja, SDR Transziver, mich hat jemand aus meinem LDMUS-Forum auf die Idee gebracht, probiere doch mal so ein Hermes-Board aus, das wird dir gefallen, das ist toll. Und das hat ja so viele Möglichkeiten. Ich habe gesagt, also mit dem Computer funken ist absolut nicht meins. Mir fehlt dieses Look and Feel. Ich brauche ein VFO-Rad, wo ich dran drehen kann. Ich brauche einen Lautstärkeregler. Ich will mal auf den Auto-Notch drücken. Das mit dem Computer funken hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich habe mir dann spaßeshalber mal eine Hermes-Platine bestellt. Probeaufbau gemacht. Habe gedacht, ja, hört sich gegenüber meinem FTDX 3000, der ja auch nicht schlecht ist, doch schon besser an. Habe da ein bisschen mit rumgespielt und habe mir gedacht, daraus kann man mal was bauen. Ja, und da ist mir, wie gesagt, auch dieses Hermes-Board, was glaube ich viele aus dem anderen 10 kennen, in die Hände gefallen. Einfach mal ein paar Keywords. Es ist ein sehr ausgereiftes Board. Ich kann damit Vollduplex, wirklich von Low-Band, 160 Meter bis 6 Meter hoch. Ich habe eine Open-Hardware-License, das heißt, das Ganze ist 100% Hand-Design. Das wurde von Funk-Amateuren entwickelt. Und von den Abmessungen her schön praktisch klein. Ich habe die Möglichkeit, damit Spectrum-Alyzer zu bedienen. Ich kann mit ein bisschen Zusatz auch ein VNA nutzen. Was mir besonders gut gefällt, komme ich hinterher nochmal zu, ist der Punkt Predestortion. Gerade in dem Zusammenhang mit Endstufen. Ich habe sieben Empfänger gleichzeitig zur Verfügung. Das macht mir beim DXen unheimlich Spaß, weil ich kann dann wirklich mehrere Bänder gleichzeitig abbilden. und habe also so wirklich einen Überblick, wie sind die Konditionen gerade, auf welchem Band. Steigt die DX-Wahrscheinlichkeit auf den höheren Bändern oder nicht. QSK-fähig, Anschlüsse sind alle vorhanden, was man braucht. Ein durchgehender Empfang von 10 kHz bis 62 MHz. Das deckt alle Amateurfunkbänder ab, die wir da benutzen wollen. Ausgangsleistung liegt bei 500 Milliwatt, 350 Milliwatt auf 6 Meter. Das reicht aus, um eine kleine Treiber-PA noch zu betreiben und dann auch große Endstufen. Auf den längeren Bändern geht es dann also auch wirklich mit 500 Milliwatt Ansteuerung in die LDMOS-Endstufe. Und das reicht immer noch für einen Output von 700 bis 800 Watt. Die Performance vom Hermes-Board möchte ich hier gar nicht großartig darauf eingehen. Das Board ist den meisten wahrscheinlich schon bekannt und ist auch ein fertiges Zuckeraufteil. und ich würde vorschlagen, wir lassen es einmal kurz stehen. Es sind hier die Konnektoren und sowas noch einmal kurz aufgeführt. Ich würde lieber aufs Board eingehen und zwar sieht das Ganze so aus. Das Board ist für 18 Euro in Indien bei Apache Labs bestellbar. Im OV haben wir gerade ein OV-Projekt laufen, wo wir LDMOS-Endstufen von mir bauen und auch Transceiver. Da wird so ein Board dementsprechend handbestückt. Das heißt, da kann man sich auch herantrauen. Und für 18 Euro die Platine, es kommen ungefähr noch 400 Euro Bauteile hinzu, liegt man bei einem Hermes-Board bei ungefähr 400, 450 Euro. Das ist gegenüber dem Kaufpreis doch schon eine erhebliche finanzielle Erleichterung. Ich habe das Ganze mal versucht in einen Transceiver-Vergleich zu stellen. Die fettgedruckten Einträge sollen jeweils darstellen, welches System in dem Bereich besser ist. Die Unterschiede sind teilweise wirklich sehr gering, aber es soll einfach auch nur aufzeigen, dass ich nicht was Besseres gemacht habe mit dem Hermes-SDR, sondern einfach nur zeigen, ja, so eine SDR-Platine kann durchaus mit anderen Transceiver auch mithalten. Das heißt, mit einem SDR, ob Red Petaya oder auch hier mit dem Hermes-Board, funkt man definitiv nicht schlechter, weil viele dann der Meinung sind, naja gut, ich habe da halt eine Frequenzanzeige und das war es. Nein, ist also definitiv so nicht richtig. Wenn man sich die Kosten betrachtet, bei meinem Transceiver habe ich hier jetzt für 850 Euro das Hermes-Board in der Kaufversion eingesetzt. Jetzt komme ich auf einen Transceiver-Preis inklusive PC auf knapp 1900 Euro. Rechne ich andere Geräte dagegen, liegen die, wie unten zu sehen, in ganz anderen Preiskategorien und ich denke mal, da macht sich der Selbstbau also auch wirklich noch bezahlt, dass man sagt, okay, naja, wenn ich da in der Liga mitspielen kann, warum dann einfach nicht mal wieder den Lötkolben in Hand nehmen und dann selber bauen. Ja, die Standalone-SDR-Komponenten. Klar, ein Hermes-Board, das ist die Grundlage, eine RXTX-Umschaltung mit Prädistortion-Eingang. Ich habe eine kleine Treiber-Endstufe eingesetzt mit 5 Watt, die ist von Harald, Delta Lima 2, Eco Whisky November entwickelt worden, ist im Funkamateur zum Beispiel als Bausatz verfügbar, also wirklich eine schöne kleine PA. Von den technischen Daten her war ich da wirklich begeistert. Einsetzen wollte ich ein Mini-IT-Export von Asus, ich wollte halt auch einen richtigen PC installieren. Es ist halt so, dass ich sage, ich möchte das Check gerne aufgeräumt haben. Das heißt, ein Gerät, da ist mein Stations-PC drin, der soll ein bisschen Power haben. Ich denke mal mit dem Intel i5 mit 4x3 Gigabyte, 16 Gigabyte RAM, Mikro-SSD, externe SSD nochmal im Gerät verbaut. Zur Datensicherung bin ich da schon auf dem richtigen Weg, einen richtig kräftigen Rechner zu haben, wo ich gleichzeitig alles machen kann. Das heißt, ich kann mein Logbuch führen, ich kann meine Contest-Software führen, ich kann das 7-Zoll-Display nehmen, um einfach das Frequenzband darzustellen. Im Contest ist es Touchscreen, auch per Touch weiter zu springen, funktioniert hervorragend. Ein Arduino Duo habe ich genommen, weil ich gerne vorne Knöpfe dran hätte. Und das ist relativ einfach mit einem kleinen Encoder-Board, was ich gebaut habe, dort einfach über eine Pfostenleiste die Encoder anzusteuern, sprich VFO-Rad und die dementsprechenden Knöpfe, die vorne verbaut sind. Einen kleinen 30 dB Koppler habe ich noch nach der Endstufe, um dementsprechend mit einem weiteren 30 dB Dämpfungsglied dann Prädestorsche machen zu können. Ein Gehäuse, ja, viel Kleingram, Stecker, Kabel, Dämpfungsglieder habe ich jetzt nicht wirklich aufgeführt. An der Stelle, ja, da kommt immer noch ein bisschen was zusammen. Und der Aufwand, den ich hatte, das war im Prinzip der Materialeinkauf. Wie gesagt, ich habe hauptsächlich Komponenten benutzt, die schnell und einfach verfügbar sind. Gehäuseentwurf, mechanische Arbeiten fallen noch an, die Hardware-Installation, Software-Installation und, ja, was ein bisschen Arbeit gemacht hat, war die Programmierung der Encoder. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Programmierer. Wenn man den Dreh einmal raus hat, übrigens alles immer ganz einfach, bis man zu dem Punkt hinkommt. Naja, manchmal dauert es schon ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte auf den mechanischen Aufbau eingehen. Wie man sieht, auf dem linken oberen Bild arbeite ich auf zwei Etagen. Ich habe unten ein HF-Deck gebildet und auf der oberen Seite das PC-Deck. Das Ganze ist relativ schön zu warten. Man kann die obere Platte einfach rausnehmen, wenn man am PC irgendwas machen muss oder unten mal kurz dran muss. Das sind gerade mal vier Schrauben. Auf der rechten Seite sieht man für das Hermes-Board PA-RXTX-Umschaltung schon die montierenden Bolzen. Und unten mal ein kleines Bild, wo man dann sieht, die mechanischen Arbeiten, die Frontblenden, die habe ich alle bei Schäffer fertigen lassen. Und Schäffer hat zum Beispiel die Bolzen, die man setzen kann. Mit denen bin ich nicht so zufrieden. Das sind Klebebolzen. Die halten also so wirklich gar nichts aus. Ich habe mich dazu dann entschlossen, um das Ganze mechanisch stabil hinzukriegen, dass ich dann Winkelleisten einsetze. Diese Winkelleisten werden mit Epoxid verklebt und das hält wirklich. Das heißt, ich habe den Vorteil einer sauberen Front ohne Schrauben, weil es soll schon irgendwo professionell aussehen. Den Anspruch hatte ich. Und es hat auch eine hohe Haltbarkeit. Die Arbeiten, die ich mechanisch gemacht habe, die habe ich ohne große Werkstatt gemacht. Das ist alles daheim auf ungefähr 1,60 Meter Platz entstanden. Man braucht ein bisschen mechanisches Werkzeug. Da reicht übrigens ein Akkuschrauber, Gewindeschrauber, ein paar gute Bohrer, Entgrater und Senker reichen da vollkommen aus. Damit kann man auch mal ein M3-Gewinde selber schneiden. So sieht mein Transiever momentan von innen aus. Man sieht auf der linken Seite das Hermes-Board. Dort eine Besonderheit, ich habe einen Lüfter gefunden für den FPGA. Bis jetzt habe ich immer passiv gekühlt mit so einem Klebekühlkörperchen da drauf. Diesen Kühlkörper habe ich jetzt kürzlich gefunden und habe mir gedacht, es ist eine gute Idee, da einfach noch mal ein bisschen mehr Luft dran zu bringen. In der hinteren rechten Ecke die 5 Watt-PA vom Harald, EXTX-Umschaltung, es sind diverse Dämpfungsglieder vorhanden und hinten ein Teil der Datenschnittstelle. Hier nochmal kurz im Detail das Hermes-Board mit dem aktiven Lüfter, liegt übrigens bei knapp 11 Euro und kühlt den FPGA nochmal deutlich runter. Wie ich gesagt habe, viel Wert gelegt habe ich auf den PC, weil ich nicht noch einen zweiten PC daneben stellen wollte, weil der interne gerade mal dafür da ist, irgendwas anzuzeigen, sondern es soll wirklich ein Arbeitsrechner sein, an dem ich meine Bildbearbeitung machen kann, an dem ich meine Entwicklung mit Target machen kann und wirklich komplett abgedeckt habe für die Bedürfnisse, die ich daheim brauche. Man sieht auf der rechten hinteren Seite die kleine Encoder-Platine, dort ist noch ein IC zu sehen, das heißt, da kann man je nach Möglichkeit, die man nutzen möchte, vom Hermes zum Beispiel auch BCD-Signale ausgeben und dann hinterher Filter schalten für Eingangsfilter. Man sieht vorne links die Samsung-SSD, die nehme ich zur Datensicherung der kleinen Micro-SSD, das heißt, bei einem Systemabsturz muss ich nicht erst großartig mich wieder hinsetzen, komplettes System installieren, sondern ich gehe wirklich nur noch bei und spiele ein Backup zurück, dauert ungefähr 15 Minuten, dann bin ich wieder QRV. Die zwei anderen Platinen gehören zum Display, den Display-Controller sieht man vorne neben dem VFO-Encoder. Ja, wie gesagt, Backpanel. Wichtig war, dass ich natürlich alle Anschlüsse habe, die ein normales Funkgerät auch hat, das heißt, Speaker, die Morse-Taste, Headset, Mikrofon, PTT, ist ganz klar. Prä-Distortion-Eingang habe ich schon erwähnt, da kommt das um 30 dB geschwächte Signal an, intern haben wir noch ein 30 dB Dämpfungsglied gesehen und geht dann auf den Eingang des Hermes-Boards. Vf-Buchse momentan nicht belegt und Hf-Buchse ist dann von 160 bis 6 Meter nutzbar. Auf der oberen Reihe sehen wir LAN, HDMI, das sind die Anschlüsse, die im Prinzip auf das Hermes-Board gehen, das heißt, wenn mal irgendwas schiefläuft, ich kann auch ein Notebook oder einen zweiten PC anschließen, einfach nur an der LAN-Schnittstelle eben abgreifen und dann kann ich auch ein anderes Gerät anschließen, nur für den Worst-Case. HDMI geht vorne aufs Display und bildet eine Brücke vom Asus-PC, damit habe ich die DVI-Schnittstelle frei. Das gibt mir jetzt natürlich die Möglichkeit, intern 7 Zoll zu nutzen mit dem Touchscreen und extern einen ganz normalen Monitor anzuschließen und dementsprechend dort Contest-Programm und was immer nutzen zu können. Der Vorteil ist unter anderem, ich brauche keine großen Kabel mehr, ich brauche keine Kabel ziehen, ich nehme virtuelle Audio-Kabel und das Ganze ist dann schon sehr aufgeräumt. Die VRF-Buchse, die ist schon dran, weil das Hermes-Board wird es jetzt von Apache Labs so nicht mehr geben, Platinen ja, es wird aber nicht mehr vertrieben. Es ist, glaube ich, dem meisten bekannt, dass eventuell eine zweite Version kommt, ein Nachfolger des Hermes-Boards mit einer erweiterten Frequenzbereich bis auf 2 Meter. Das Ganze macht es natürlich schon wieder sehr interessant. Zur Not natürlich auch noch Platz für den Transferter da, dann kann ich die VRF-Buchse auch benutzen. Ja, das ist mein Front-Panel. Die Knöpfe, die jetzt zu sehen sind, die reichen mir vollkommen aus, um noch zu sagen, ja, ich funke nicht mit dem PC. Ich habe meine wichtigsten Knöpfe dran, wo ich sagen kann, ja, Lautstärke, Mikrofon kann ich regeln, ich kann die Filterbandbreite regeln und den Squelch. Shift-Notch habe ich mit dem Auto-Notch hinterlegt und Split-Betrieb, ein VFO-B und die Drive ist dann die Steuerleistung für die kleine PA und halt der VFO-Knopf. Damit habe ich zumindest das Gefühl, dass ich sage, ja, ich funke mit dem Funkgerät und nicht so ganz nur mit dem Computer. Die Befehle, die der Hermes erhält, erhält er übrigens per Cut. Das heißt, in dieser Arduino-Programmierung ist hinterlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Shift-Notch drücke, es sind Knöpfe, die auf zwei Ebenen arbeiten, dann kann ich einen Befehl hinterlegen, wo ich sage, mit dem Cut-Command schalte ich den Auto-Notch ein oder Auto-Notch aus. Wer sowas machen möchte, natürlich stelle ich den Quellcode zur Verfügung. Man kann hinterlegen, was man möchte. Das heißt, man ist wirklich nicht gebunden und kann sagen, also hier vorne an der Ecke müssen wir noch irgendwas neu programmieren. Es ist einfach nur noch der neue Command einzutragen und dann geht es auf die Cut-Schnittstelle und da verhält sich der Hermes dann auch vollkommen problemlos. Die Commands sind alle hinterlegt. Ja, so sieht das Gerät, wie es hier vorne steht, jetzt mit Deckel drauf aus. Mir war wichtig, dass es halt mal diesmal nicht ein typischer viereckiger Kasten wird. Das habe ich bei meiner Endstufe, bei der LDMOS-Endstufe auch schon einen viereckigen Kasten und sollte natürlich irgendwie in die Station reinpassen. Und ich denke mal, das ist mir hier schon gelungen. Das ist übrigens mein Check. Wer jetzt meint, man braucht wirklich viel Platz, um irgendwas zu bauen, zu entwickeln, Auf der rechten Seite, also zwischen dem High-Handset und dem Lötgolben, das ist der Arbeitsplatz, an dem ich die LDMOS-Endstufe komplett entwickelt habe und wo ich dann auch das Funkgerät dementsprechend gebaut habe. Das heißt, Platz ist definitiv keine Ausrede. Werkzeug, Akkuschrauber, auch keine Ausrede. Also man kann es tatsächlich auch ohne hohen Aufwand nachbauen. Anschlüsse möchte ich nochmal darauf eingehen. Es ist also alles, was ich am Funkgerät brauche, vorhanden. Ich habe Mikrofoneingang, Headset, ich habe einen echten Lautsprecherausgang. Das heißt, ich bin nicht nur aufs Headset angewiesen. PTT-Eingang, CW kann ich eine normale Taste anschließen oder ein KIA. Ich habe einen Prädistortion-Eingang. Auf der Data-Schnittstelle kann Cut- und Banddata gelegt werden. Das heißt, ich habe auch ein Cut-Protokoll, was läuft. Das ist für mich sehr schön, weil ich meine Endstufe auch mit Cut steuern kann und schon beim Abstimmen dementsprechend die Endstufe auf die passende Antenne abstimmen kann. Antennenanschluss für HF und VAF, sobald der Transverter oder die 2-Meter-Version vorhanden ist. Die Bedienelemente waren meiner Meinung nach erstmal K.O.-Kriterium definitiv. Ich brauche ein VFO-Rat. Ich gehöre immer noch zu denen, die sagen, klar, ich sehe zwar alles und beim SDR brauche ich ja nur hinklicken, aber manchmal vielleicht dann wirklich die Contest-Software gerade offen. Ich will nicht mit einem zweiten Fenster da auch noch immer hin und her. Ich kurbel einfach nochmal rüber. Also für mich wirklich wichtig und dann halt die wichtigen Funktionen für mich. Lautstärkregelung, Filterbandbreite, RX-Shift, VFOB und die RID. In der Nebenfunktion die Mikrofonverstärkung, die man nicht ganz so häufig anpasst. Squelch, automatisches Notchfilter habe ich hinterlegt, Split-Funktion und die Ausgangsleistung kann darüber geregelt werden. Mit ungefähr zweieinhalb Watt, übrigens nutze ich genauso wie das Projekt Charlie 25 Power SDR, allerdings in einer unveränderten Originalversion und habe dort mal nachgemessen, wie gut, jetzt sehe ich meine eigene Schrift nicht, Entschuldigung, von der Seite etwas schwierig. Ich habe mal nachgemessen, mit zweieinhalb Watt Treiberleistung komme ich auf ein IMD3 von 39 dB bzw. 45 dB PEP. Ist an und für sich schon ganz ordentlich und jetzt wollte ich auch mal zeigen, wie das Ganze dann aussieht mit Prädistorien. Ich erreiche dort 70 dB PEP und damit speise ich dann zum Beispiel meine Endstufe bzw. bei der Endstufe messe ich natürlich auf der Ausgangsseite. Messfunktion habe ich gesagt, gibt es auch. Es gibt eine Software, um den VNA nutzen zu können. Das heißt, ich kann also nicht nur mir das Spektrum betrachten, ich kann also auch mit einem sehr geringen Hardwareaufwand und mir auch einen kleinen VNA herzaubern und kann dort messen. Ich mache es daheim nicht. Ich habe ein VNWA 3 als externes Gerät, weil ich da einfach andere Voraussetzungen habe, wo ich messen möchte. Ja, die Nutzung als Stations-PC, ein Support für einen zweiten Monitor, natürlich wichtig, weil auf dem kleinen Display, ja, man kann was damit machen, man sieht auch was drauf, es ist auch schön, aber ich denke mal im Contest-Betrieb, schöner großer Monitor, alles schön übersichtlich, sollte schon drin sein. Es läuft, wie gesagt, es ist ein i5 mit 4 mal 3 Gigahertz, wirklich jede Software. Ich habe bei mir da hoffen, HemOffice, HemRadio Deluxe, Wisband tue ich unheimlich gerne, allerdings dann natürlich mit kleiner Leistung. Pharis läuft mit, der Skimmer läuft mit, WinTest, die X-Class, das ist alles da. Ja, virtuelle Audio-Kabel, das heißt, audio-mäßig alles aufgeräumt, Comport-Splitter, das heißt, ich kann alle Software, die ich habe, untereinander verbinden über virtuelle Comports. Es läuft alles gleichzeitig und parallel. WLAN, externe Geräte können angeschlossen werden über die USB-Schnittstellen. Ich habe zum Beispiel noch einen 70 cm DMR-Hotspot-Lauf von einem DV4-Mini. Network-Analyzer von VR3E ist dort dran und die Datensicherung. Und das sind halt die Vorteile, die ich daraus erkannt habe. Das ist einfach in der Bedienbarkeit und in der Flexibilität. Transpherter-Support, 2-Meter-Version, ist geplant. Wie gesagt, ich bin da auch sehr neugierig drauf, ob das Hermes-Projekt als Open-Hardware-Projekt weitergeht. Das wäre wirklich wünschenswert. Ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich schon. Im Selbstbau knapp 1500 Euro. Und da würde ich sagen, selbst wenn es mal ein bisschen teurer wird, 50 oder 100 Euro, ist das etwas für die Performance, was sich immer noch lohnt. Und vor allen Dingen, dadurch, dass man das Ganze in Baugruppen kaufen kann, hat man auch einen sehr schnellen Erfolg, dass man sich wirklich hinsetzen kann. Und innerhalb von einer Woche durchaus mit dem passenden Material den Transiva zusammengebaut hat. Ich wollte noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Ich mache auch etwas mit SDR im beruflichen Umfeld. Und zwar haben wir ein Produkt entwickelt, bei dem ich auch beteiligt bin als technischer Projektleiter. Das heißt, das Ganze funktioniert so, dass man über ein Antennen-Array die Phasenlage des Eingangssignals feststellt. Das ganze System wird in einem Helikopter verbaut. Und damit können wir in weniger dicht besiedelten Gebieten oder, wo wirklich kein Empfang ist, noch Handys orten. Das heißt, wir sind eine fliegende SBTS, das heißt eine Basisstation. Wir haben dafür auch eine Zulassung und können somit Menschenleben retten. Das heißt, in den Bergen, Bergsteiger, Skifahrer, wir können auch Signale zwei Meter unterm Schnee orten. Und es reicht wirklich, wenn jemand das Handy anhat. Er muss es nicht bedienen können. Es ist vollkommen irrelevant, in welchem Zustand der Verletzte ist. Aktiv muss er nichts machen. Die Peilgenauigkeit dabei übrigens 50, 60 Meter. Bis jetzt, die Systeme, die eingesetzt werden, ist eine Infrarot-Kamera von FLIR. Die FLIR-Cam, das ist sehr aufwendig und dauert mehrere Stunden, nur ein Stück abzusuchen. Hier haben wir HIF-Signale und das können wir zum Beispiel im Amateurfunk auch nutzen, dass man sagt, also mit mehreren SDR-Transceiver, wie kann ich da zum Beispiel eine Standortbestimmung machen. Ich wollte nur mal zeigen, dass sowas halt auch im beruflichen Umfeld genutzt wird. Hier mal kurz als letzte Folie dann auch die Bilder dazu. Oben links sieht man den SDR-Receiver und Transceiver, die O-spezifiziert. Übrigens unten links, das ist ein EC 135, mit dem fliege ich ab und zu über das Ebersberger Forst für Versuche. Und oben rechts, das ist ein Kundenhelikopter der Schweizer Armee, die ein System von uns am Laufen haben und damit also schon durch die Gegend fliegen. Und unten rechts sieht man, das ist also aus dem spanischen Trail, dass ein kleines Männchen auf der Karte eingeblendet wird, wo man sagt, also in dem Bereich ist die vermisste Person. Man fliegt hin und man kann tatsächlich auch mit SDR-Technik Leben retten. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich also richtig stolz drauf. Ja, ich wäre am Ende. Wenn noch Fragen sind, gerne. Okay, vielen Dank. Thank you very much.